hier leute willkommen auf dem kanal kohle und deines frau es was richtig cooles angekommen es geht zurzeit ja auch sehr mit loki ab hier logiserie und so deswegen habe ich mir was tolles bestellt das werden jetzt an boxen und es kommt jetzt geflogen hier haben wir es mache es mal auf probiere es zu öffnen die erste verpackung und jetzt das zweite ich setze ihn mal auf hat sich ein bisschen verbogen dass sich aber auch wieder hin und wie sich aus wie ein baby loki ich bin loki das ganze wird sich natürlich auch noch ein bisschen besser biegen das sieht doch glaube ich ganz cool aus hoffentlich tschüss tschüss